Hallo und herzlich willkommen zu den Steam Summer Cells von Tag 7. Und wir fangen auch gleich mal an. Dead Island Riptide, das Ganze ist der Nachfolger von Dead Island und den habe ich nicht gespielt. Also den Nachfolger jetzt. Das Ganze ist aber, wie ich gehört habe, einfach nur eine Weiterentwicklung. Jedoch ist da nicht so sonderlich viel Neues drin. Also ob der jetzt 20 Euro wert ist, das würde ich mal bezweifeln. Das Ganze ist für Zombie-Liebhaber bestimmt irgendeine feine Sache. Ob das jetzt jeder kaufen sollte, davon rate ich jetzt mal eher ab. Dann geht es weiter. Fallen, was ist das? Das kenne ich leider auch nicht. Fallen Enchantress, Legendary Heroes. Das Ganze, ja wie gesagt, das kenne ich nicht. Es scheint ein Strategiespiel zu sein. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen und ich möchte euch keine falschen Informationen geben. Dann geht es direkt weiter. Ace of Spades. Das Ganze ist ein Minecraft-artiges Spiel. Nur wird hier Fokus auf Schusswaffen gelegt und weniger auf Spawn. Also es gibt immer noch sehr rudimentäres Space-Build. Das heißt, man kann Mauern aufstellen und sowas. Der Fokus liegt aber ganz klar auf dem Team-Aspekt und auf dem Abschießen des gegnerischen Teams. Das Ganze leidet stark unter Lags. Das heißt, die Verbindungen sind relativ schwach. Und deshalb, also ja, für 2 Euro kann man sicherlich mal reinschauen. Aber Vollpreis würde ich den Titel auf keinen Fall empfehlen. Zumindest, als ich den gespielt habe, war es alles zusammen noch sehr mühsam. Es war sehr laggy und nicht wirklich ausgegoren. Dann geht es weiter. Dark Souls Prepared to Die Edition. Also wer das Spiel noch nicht gespielt hat, der sollte sich das unbedingt mal anschauen. Das Ganze ist kein normales Spiel. Das heißt, es gibt hier kein Try and Error. Das heißt, ihr könnt nicht einfach rumrennen. Und wenn es nicht geklappt hat, einfach nochmal das Save-Game laden und nochmal aufs Neue. Oder ihr werdet einfach nicht einfach beim letzten Waypoint wiederbelebt. So wie bei den Call of Duties. Hier ist es wirklich so, dass ein falscher Schritt und ihr seid am Arsch. Und dann fängt ihr nochmal beim letzten Bonfire an. Das Lagerfeuer halt. Bei dem Lagerfeuer, da könnt ihr eure HP aufladen und ihr könnt auch aufleveln. Das Ganze hat aber einen Twist. Denn wenn ihr in einem Lagerfeuer sitzt, dann werden alle Monster wiederbelebt. Und ihr müsst halt nochmal durch alles durchkämpfen. Das Spiel ist wirklich schwer. Also wer es zum ersten Mal spielt, der sollte sehr frustresistent sein. Es macht aber einen Heidenspaß, da zusammen etwas rauszufinden und dann wieder weiterzukommen. Mal in der Community nachfragen, wie das so geht und so weiter. Also ein wirklich Top-Spiel. Und das sollte jeder mal gesehen haben zumindest. Damit man so einen gewissen Eindruck davon kriegt, was Dark Souls eigentlich ist. Teil 2 ist ja auf dem Weg. Dann geht es weiter. Grand Theft Auto 4. Das Ganze ist jetzt, wo halt Grand Theft Auto 5 angekündigt wird, nochmal um einiges reduziert. Das Ganze ist kein schlechtes Spiel. Also das ist von mir aus gesehen das erste GTA, das wirklich in 3D erscheinen sollte. Denn hier ist das 3D optimal gelöst. Die Engine ist, wie ich letztens schon gesagt habe bei Max Payton, eine sehr geniale Engine. Also die ganze Mechanik, wie die Waffen funktionieren. Ein Schuss, ein Kill. Das ist einfach Hammer. Also eines der besten Sachen an GTA. Dann gibt es halt ein riesen Level, das ihr erforschen könnt. Mit extrem viel versteckten Sachen. Es gibt einen Online-Modus, wo ihr mit anderen spielen könnt. Das Ganze kann auch auf Servern sein, die gemoddet sind. Das heißt, dann wird da nur rumgefahren. Oder es hat Strecken, auf denen man Rennen fährt und so weiter. Also es ist ein extrem großes Spiel. Es hat ein starkes Modding. Also wer Grand Theft Auto 4 noch nicht gespielt hat, der sollte sich das unbedingt mal anschauen. Und wer schon lange nicht mehr gespielt hat, der sollte sich auch mal wieder reintrauen. Vielleicht mal mit ein paar Mods. Vielleicht mal einen Enhancer-Mode draufpacken. Und dann ist die Grafik wieder noch härter als die aktuellsten Spiele. Das Spiel wird einfach nicht alt, wie ich finde. Und wer noch die Zeit vertreiben muss, bis Teil 5 rauskommt, sollte sich in Teil 4 noch genügend beschäftigen können. Dann Mountain Blade with Fire and Sword. Das Ganze habe ich nicht gespielt. Man spielt darin, also es ist ein Action-RPG-Spiel. Man spielt darin einen Ritter. Oder man ist dann auch zu Fuß unterwegs und kämpft dann gegen andere Heere. Viel mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ich habe es wirklich nicht gespielt. Und ich möchte auch nicht mutmaßen. Dann geht es weiter. Batman Orkham City. Das Ganze in der Game of the Year Edition. Ja, viele sagen, Batman Orkham City ist das bessere Spiel. Ich fand aber den alten Teil, also Batman Orkham Asylum, fand ich etwas besser als Orkham City. Das Ganze soll aber nicht schlecht sein. Die zwei Spiele sind wirklich extrem gute Spiele. Wer sich aber Batman Orkham City mal anschauen möchte, der kann das tun und sollte danach mal Orkham Asylum anspielen, zum schauen, was ich denn darin jetzt besser gefunden habe. Oder wenn ihr halt noch Zeit vertreiben möchtet, ich bin mir sicher, Orkham Asylum gibt es noch günstiger als 7,50 Euro. Im Prinzip ist es das quasi gleiche Spielerlebnis. In Orkham City ist dann einfach eine zusammenhängende Stadt, die man frei begehen kann. Dann Tropic of Fear. Das Ganze ist ein Ableger in der Art von Arno oder Sims. Sorry, SimCity. Das Ganze ist ein anscheinend wirklich gutes Spiel. Also ich sage anscheinend auch, weil ich es nicht gespielt habe. Das Ganze wurde aber zu Zeiten, wo SimCity rauskam jetzt, von allen hochgepriesen, weil Tropic of Fear ein wirklich anscheinend sehr gutes Spiel sein soll. Für 6 Euro könnte man durchaus mal einen Blick reinwerfen, wenn man die Zeit dazu findet. Wer einen SimCity erwartet, der liegt hier wohl am richtigsten. Dann geht es weiter. Evoland. Das Ganze ist ein Indie-Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Das Ganze durchlebt die verschiedenen Epochen des Gaming. Das heißt, ihr startet als 2D-Figur, schwarz-weiß, geht dann über in die Color-Version, also wo es dann farbig wurde. Und danach geht es dann weiter in 3D. Das Ganze ist ein Erlebnis, das so aufeinander aufbaut. Wie gut das ist, kann ich auch nicht beurteilen. Dann geht es weiter. Deus Ex Human Revolution. Das Ganze für 85% abgeschrieben. Das heißt 2,84 Euro. Das würde ich jedem empfehlen, wer gerne, ja ich würde jetzt nicht sagen Shooter, wer aber gerne Schleichspiele hat, wer gerne etwas, die Hintergrundgeschichte erforscht, wer gerne durch die Städte streift oder durch die Stadt streift und mit den Leuten redet, der ist hier ganz sicher richtig aufgehoben. Die Bosskämpfe, die sind etwas lahm gemacht. Davon gibt es aber nicht viel. Der Rest von Deus Ex ist wirklich klasse. Es gibt immer sehr viele verschiedene Wege, wie man zum Ziel kommt. Das heißt, ich kann zum Beispiel zur Tür reingehen, den Officer verprügeln und gehe einfach rein. Das gibt aber sehr viel Aufmerksamkeit und ich werde auch Probleme kriegen. Ich kann aber auch den Umweg nehmen, durch die Gasse gehen, über ein Geländer hüpfen, durch eine Pfütze, die Strom drauf hat, muss ich dann irgendwie durchkommen. Durch die Untergrundschächte kann ich durch. Ich kann an der Leiter hochklettern und so ins Gebäude und so an Beweismittel kommen. Also ein sehr vielseitiges Spiel, wer gerne Schleich-Shooter hat, wer gerne Sachen erforscht, der ist mit Deus Ex Human Revolution sehr gut bedient. Das war es eigentlich auch schon vom Steam Summer Sale für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.